Eigentlich ist der Herbst da, aber DM Online hat sich gedacht, den überspringen wir direkt, wir hüpfen direkt in den Winter. Wir haben heute alle spektakulären, spannenden Beauty-Neuheiten, die ihr jetzt kennen solltet. Ich zeige euch wieder, was es alles Neues gibt. So ein paar Sachen habe ich auf anderen Websites schon gesehen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Maxim zeigt euch, was es alles gibt, damit ihr ihm schreiben könnt, was er für euch testen soll. Es hat sich mittlerweile recht gut herauskristallisiert, dass dieses Verfahren ganz gut funktioniert, weil ich nicht random erraten muss, was euch interessiert, sondern ihr es mir einfach unter diese Videos schreiben könnt und ich es dann für euch in Videos, sei es hier oder auf anderen Plattformen, testen kann. Heißt also, wir hüpfen direkt wieder auf die DM, auf die Rossmann, auf die Sephora und auf eine andere Webseite und schauen, was es Neues gibt. Wie immer rutschen wir ein Stückchen zur Seite und wir schauen mal, was wir hier finden. Ich habe heute Morgen schon mal so ein bisschen geschaut, was es alles Neues bei DM beispielsweise gibt, beziehungsweise auf Rossmann und auf Sephora. Da komme ich gleich zu. Und wir starten direkt mit NYX. NYX hat den kompletten Online-Shop von DM gerade übernommen mit sämtlichen neuen Xmas Holiday-Kollektionen. Wir haben ein Geschenkset für Setting Sprays mit dem Matt und dem Glowy Setting Spray. Das Glowy ist sehr, 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 sehr gut für 14,95 Euro im schönen weihnachtlichen Design und eine neue Lidschattenpalette. Die gefällt mir persönlich extrem gut. Das ist die Ultimate Flamingo Frost Kollektion mit recht spannenden Farben. Gar nicht so dunkel, beziehungsweise so weihnachtlich. Sie erinnert mich schon sehr stark an die neue Anastasia Beverly Hills Fall Romans Palette. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. 19,95 Euro ist schon, muss ich sagen, fett für Drogerie, aber die sieht wirklich gut aus. Ich bin ja auch mittlerweile ein großer, großer Fan. Nicht nur von warmen Tönen, sondern auch von kühlen, so ein bisschen schlammigen Tönen geworden. Und 19,95 Euro ist für 4, 8, 12, 16 Farben. Ja, falls euch das interessiert, schreibt es mir sehr, sehr gerne, dann teste ich das Ganze für euch. Was ich auf jeden Fall schon mal getestet habe, jetzt vielleicht nicht in diesen Farben, sind die Ultimate Glow Shots. Das sind Liquid Eyeshadows. Sehr, 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 sehr gute Formulierungen. Halten super lange, ultra pigmentiert. Ich verstehe den Farbnamen jetzt nicht. Watermelon ist ein Grün, ist aber in der Weihnachtskollektion mit drin. Ich hätte ihn vielleicht Tanne oder so genannt. Ist aber ein sehr, sehr schöner Ton. Also so mit grünen Tönen kriegt ihr mich auf jeden Fall immer. Und es gibt neue Lip Glosse, die Butter Glosse in Candy Swirls. Die erinnert mich sehr stark an die von Revolution. Da würde ich fast schon zu denen von Revolution tendieren. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr drin und die sind ein bisschen günstiger. Kommen aber in vier verschiedenen Farben. Genauso, uh, das ist natürlich spannend. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich neu ist oder... Nee, die ist jetzt erst mal nach Deutschland gekommen. Das ist die Bare With Me Blur Foundation. Da habe ich sehr, sehr viel gesehen von amerikanischen Beauty-Creatorinnen und Creatern. Ähm, das ist eine Foundation für fettig, ölige, Mischhaut, normale, reife, sensible, empfindliche, trockene und unreine Haut. Also für jede Haut. Äh, Grundfarben Nude. Das soll eine porend verfeinernde Foundation sein. Sie soll Rötungen beruhigen und für einen ebenmäßigen, natürlichen Tein sorgen. Äh, schreibt mir da gerne mal, ob die jetzt wirklich neu neu ist in Deutschland. Oder ob ihr da schon ganz, ganz viel zu gesehen habt. Weil ich liebe neue Foundations testen. Das macht mich... Also von jedem Content, den ich mache, macht es mir am meisten Spaß, Foundations zu testen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so... Ist so mittlerweile mein Ding geworden. Was mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Wenn ihr wollt, teste ich die für euch. Da bin ich extrem gespannt, denn Max Factor hat einen neuen Concealer rausgebracht. Und ich habe schon vieles davon gehört. Ich hatte auch meinen Tester vor einigen Wochen, beziehungsweise Monaten mittlerweile schon zu Hause. War aber nur so ein kleines Pöttchen abgefüllt. Ähm, ist der Facefinity Multi Perfector Concealer. Auf den Aufnahmen, die ich gesehen habe bei Max Factor, wirkte es so, als hätte er lichtreflektierende Pigmente mit drin. Dann steht hier auch drin und soll so feine Linien und Unebenheiten kaschieren. Das ist natürlich super, super spannend. Auch spendet die Formulierung des Concealers der hautintensive Feuchtigkeit, wodurch ein gepflegter, wacher Tal entsteht. Ich habe ein paar, wie gesagt, ich habe ein paar Beiträge dazu schon gesehen. Finde ich persönlich super spannend. Ich liebe es, neue Concealer in der Drogerie zu testen. Weil ich natürlich probiere, eine Alternative zu meinen liebsten Heil-Produkten immer zu finden für euch. Mein aktueller einzig genutzter Concealer ist der von Natasha Denona. Aber wenn ich nochmal eine günstigere Alternative finden würde, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Also schreibt mir gerne, ob ihr das sehen wollt. Ebenso ist das neue Essence-Sortiment jetzt auch online verfügbar. Ich schaue mal, ob es bei mir in der Filiale schon ist. Tatsache ja. Okay, das heißt also, ich werde, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, dann nochmal die neuen Essence-Produkte besorgen und testen. Weil, ja, neue Produkte von Essence und Catrice, die sehen wir uns immer gerne an. Es gibt wirklich viele, viele spannende Produkte. Da will ich jetzt gar nicht zu viel drauf eingehen, weil wir hier schon sehr, sehr viel dann in dem Video gesehen haben werden. Aber es ist wirklich eine Menge. Könnt ihr mir ein kleines Update in die Kommentare schreiben, was ihr zu Nagelstickern sagt? Ich sehe das im Moment vermehrt, Nagelsticker, und ich finde das ehrlich gesagt nicht so spektakulär. Worüber sich viele sehr, sehr freuen werden, sind neue Lashes von Naomi, John und Melody Lashes. Waren damals super, super beliebt und super gehypt. Ich erinnere mich an Taco, war eine sehr beliebte, ein sehr beliebter Style. Daher gibt es jetzt auch hier drei neue. 13,95 Euro ist natürlich schon eine Menge, aber es sind wirklich sehr, sehr gute Lashes. Die sind super, super dick, super stabil und funktionieren sehr, sehr gut. Also das wird vielen gefallen. Hier habe ich tatsache nicht so viel Gutes von gehört. Das sind diese Multi-Chrome Flakes von Essence. Sollen ja ein Dupe zu denen von Danessa Myrick sein. Ich habe von vielen schon gehört, dass die so ein bisschen brennen sollen auf den Augen. Ich werde das Ganze einmal testen, weil ich das natürlich überprüfen muss. Wir machen wieder Make-Up-Journalismus des Feinsten. Sieht aber spannend aus und ist vielleicht auch eine coole Sache, um einfach mal wieder was Spannendes, Neues in der Drogerie zu finden. Die Drogerie probiert ja immer so ein bisschen Produkte rauszubringen, wo sie wissen, dass sie funktionieren werden. Das ist ein Produkt, wo ich ein bisschen skeptisch bin, weil das schon sehr, sehr speziell für Make-Up-Liebhabermäuse ist und nicht für Make-Up-Konsumenten. Es gibt ja so einen Unterschied. Es gibt einmal die, die Make-Up tragen, weil sie gerne Make-Up tragen. Und es gibt die Leute, die Make-Up kaufen, weil es spannend ist, weil sie gerne neue Sachen ausprobieren. Und das ist eher so ein Produkt, was so ein bisschen spezieller ist. Genauso wie das hier, da müsste mir jetzt helfen. Ich dachte, die Zeit ist vorbei, aber es gibt jetzt wieder ein Crackeling-Nagellack. Da war ich in der Grundschule, da war das schon ein Ding. Das ist so ein Nagellack, der crackt dann auf. Ist das wieder modern? Ich weiß es nicht. Und jetzt kann ich es euch natürlich auch sagen, jetzt ist es nämlich auch offiziell, Neo-Make-Up ist jetzt auch bei DM erhältlich. Ihr wisst, das Neo-Make-Up hat ganz, ganz viel für mich verändert. Der Primer und die Foundation vor allen Dingen sind großartige Produkte. Und falls ihr immer so ein bisschen gehemmt wart, die Farben zu finden, ihr findet jetzt in fast allen Filialen so einen Aufsteller und vermutlich auch mit Testern. Also da könnt ihr gerne mal hingehen und euch das Ganze anschauen. Da freue ich mich wirklich sehr. Ich konnte es euch damals im Livestream bei DM, als ich bei Neo-Make-Up war, natürlich noch nicht sagen, weil es noch nicht ganz so offiziell war. Aber jetzt ist es da und jetzt ist es auch draußen. Okay, hier ist auch schon das neue Catrice-Sortiment und die neue Max Factor Foundation, die neue Max Factor Mascara, 200 Calories Mascara, phänomenal gut. Okay, das haben wir alles. Wir hüpfen mal schnell zur Rossmann rüber und schauen, ob es da was Neues gibt. Da sind jetzt auch die Adventskalender. Süß. Max Factor hat die Color Elixir Lipsticks in einer Limited-Verpackung rausgebracht. Die sieht aus wie so eine kleine Handtasche. Wirklich süß. Süß gibt es in allen Farben, da steht dann immer so eine kleine Affirmation mit drauf. Du bist ein Must-Have, du bringst mich zum Strahlen, du machst mich stark, du bringst Farbe in mein Leben. Süß. Und hier ist auch schon der neue Max Factor Concealer. Okay, den müssen wir wirklich definitiv testen, weil das ist schon echt spannend. Nee, hier haben wir eigentlich auch alles. Ist überschaubar, ne? Das ist süß. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe Lebkuchenmänner. Ich finde das total süß. Essie hat nämlich ein Lebkuchenmännchen-Nagellack-Verpackungsmännchen rausgebracht. Ich würde es mir schon fast kaufen wegen der Verpackung, weil es so süß ist. Und, oh, ja, da sind wir schon wieder. Ich habe euch doch neulich diesen Make-Up-Balsam in dem letzten Neuheiten-Video gezeigt. Ich habe ihn mir auch bestellt und ich hatte so große Hoffnungen. Ich bin noch nicht ganz warm geworden mit. Also, ich finde den schon echt krass, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich ihn euch empfehlen kann. Gebt mir da gerne nochmal ein bisschen Zeit, weil ich glaube, dass das ein bisschen mehr Arbeit benötigt und ein bisschen mehr Wissen dazu. Und ich habe es noch nicht geschafft, den mit vielen verschiedenen Produkten drunter auszuprobieren. Es ist sehr, 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 sehr spannend. Und ich habe große Hoffnung, dass wir den irgendwie zum Laufen kriegen für 13,99. Ist schon ein bisschen, aber ich glaube, dass das eher etwas ist für Mäuse mit etwas reiferer Haut. Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Und zwar, das ist jetzt für mich so ein bisschen schwierig einschätzen zu können, weil heute ist der 10. September, wenn ich das Video drehe. Und ich weiß nicht, wann ihr dieses seht. Ich hoffe, dass ihr das seht, falls ihr den Sephora Adventskalender YouTube-Video, also das Unboxing gesehen habt. Muss ich euch sagen, dass das bisher der beste Adventskalender war. Mit Abstand. Wirklich großartig, großartige Sachen. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und ansonsten, ich gucke mal, ob ich ihn euch unten verlinke. Da ist Anastasia Beverly Hills, da ist Natasha Denona. Da ist Rare Beauty mit dabei gewesen. Da ist Bayoma mit dabei gewesen. Wir haben Carolina Herrera. Wir haben Laneige. Wir haben Lanolips. Es waren wirklich großartige Marken mit dabei. Ich hoffe, dass er dann schon verfügbar ist oder dann erst verfügbar sein wird. Ich verlinke ihn euch unten einfach. Auf Sephora gibt es aber viele Neuheiten. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Denn Fenty hat eine neue Foundation rausgebracht. Und die... Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Das war ganz krass. Das ist die Eastrop Blur & Smooth Tint Foundation. Ein Foundation Stick. Und Fenty wurde vorgeworfen, dass das A sehr, sehr teuer ist. Ist es auch. Für die Menge, die mit drin ist. Aber, dass auch wirklich nur wenig Produkt in dem Produkt selber mit drin ist. Weil sie das auf den ersten Bildern nur so gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber sie haben das rausgedreht. Und da sieht man dann an der einen Stelle, dass dann das Produkt aufhört. Das stimmte aber nicht. Sie haben es dann rausgedreht in einem anderen Video. Und haben gesagt, dass es... Also, du kriegst das komplette Produkt leer. Oft ist es ja so bei Stickprodukten, dass das Produkt wie in so einer Lippenstifthülse steckt. Und unten dann auch ganz, ganz viel Produkt mit drin ist. Das haben sie behoben. Und haben diese Stütze selbst aus Foundation gebaut. Um es so ein bisschen bildlicher zu erklären. Das heißt, du kriegst das gesamte Produkt raus. Soll eine sehr leichte, etwas mattierende Foundation sein. Kostet aktuell 35,95 Euro. Oft gibt es natürlich auch Rabattaktionen. Aber da bin ich gespannt, falls ich sie bekomme. Ich feiere jetzt in Urlaub. Ich hoffe, dass sie vorher kommt. Dann kann ich sie euch natürlich bald zeigen. Und es gibt auch Shadow Sticks. Finde ich auch eine gute Sache. Bin ich ein großer Freund von, wenn es wirklich sehr, sehr schnell gehen soll. Und die Farbauswahl ist natürlich auch gigantisch. Wir haben wirklich 3, 6, 9, 12, 15, 16 verschiedene Farben. Wir haben ein Creme, Lidschatten, Sticks. Das ist für uns faule Mäuse. Wenn wir keine Lust haben, großartig viel, irgendetwas auf unser Gesicht zu bringen, ist das etwas, was man mit Sicherheit gut probieren kann. Und es gibt Make-up bei Mario jetzt bei Sephora. Auch da warte ich noch auf meine Bestellung, beziehungsweise auf die Produkte, damit ich euch da noch mal ein paar Updates geben kann. Die Foundation mag ich ganz gerne. Ein Produkt, was wirklich für mich mit Abstand das beste Produkt des Jahres war, in Sachen Bronzing, ist das Soft Scalp Skin Enhancer Transforming Produkt. Habe ich sogar hit the pen, weil ich das jeden Tag benutze. Das ist ganz spannend. Das ist wirklich wie so ein Gel. Und du denkst auch irgendwie, es hat keine Farbe. Hat es dann aber doch. Ganz, ganz spannend gehe ich da noch mal ein bisschen näher drauf ein, sobald das Produkt da ist. Und Sol de Janeiro hat einen neuen Duft rausgebracht. Und zwar ist das der After Hour Duft. Ich habe ihn auch schon bestellt und ausprobiert. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt, als ich die Kampagne gesehen habe. Es soll nach Jasmin, Amber und noch irgendwas anderem. Ich habe es mir deutlich, deutlich markanter vorgestellt. Das ist schon krass. Also der erste Duft gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Der ist mir zu blumig. Er wird so nach einer Stunde, wird er ein bisschen herber, wenn dann das Sandelholz mit rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Duft sein kann, den man sehr, sehr gut lehren kann. Er ist für mich aber nur nichts, weil ich es nicht so gerne so blumig mag. Er ist blumig, dann geht es tatsächlich kurz an die Popcorn-Richtung und wird dann so ein bisschen holziger. Eine recht spannende Kombination aus Düften. Packaging ist natürlich immer super cool. Es wird niemals ein Duft rankommen an den Originalen, an den Gelben. Den habe ich auch. Der ist genial. Aber für den Preis ist es gut. Also es ist ein wirklich, du hast da wirklich viel Produkt drin. Ich glaube es sind, das sind 90 Milliliter. Ist ein guter Preis. Was ich mir auch nachgekauft habe in Full Size dieses Mal, ist dieser Duft von Huda Beauty, beziehungsweise Kayani Pistaccio Gelato oder so heißt der. Ich hatte mir den damals als Tester gekauft. Sehr, 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 sehr teuer für einen Tester. Aber klar, du willst dann halt nicht so viel Geld ausgeben, aber trotzdem will Huda Beauty was verdienen, wenn du was probieren willst. 27 Euro für so einen kleinen Tester ist schon frech, aber ist immer eine gute Möglichkeit, um neue Düfte zu testen. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte geworden aus dem High-End-Bereich, der besonders ist. Weil das ist eine Duftkombination, die ich so auch noch nirgendwo anders gebrochen habe. Und ein ganz, 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 ganz toller Duft kann ich euch wärmstens empfehlen. Es gibt auch eine neue Foundation von MAC. Und das ist die Studio Radiance Foundation. Vielleicht habt ihr schon die Review dazu gesehen. Ich habe sie jetzt noch nicht gedreht. Falls sie schon online ist, verlinke ich sie euch da oben. Ansonsten schaut gerne mal in meinem Profil vorbei. Das ist die Studio Radiance Serum Powered Foundation. Die Foundation soll bis zu, ich glaube, 36% Skincare Ingredients drin haben. Ich swatche euch mal ganz kurz. Die ist recht pastig erst, schmilzt dann aber und wird super, super reflektierend. Ich würde sie jetzt vom ersten Gefühl als High-End-Version zu der Mesauda Skin Tint Dewy Shield Foundation bezeichnen. Nur, dass die von MAC ein bisschen mehr Deckkraft hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Review kommt dazu. Und ich glaube, das waren auch schon die spannendsten Neuheiten in Sachen Make-up. Ich bin sehr gespannt, welches Produkt euch am meisten interessiert. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich teste alles für euch. Wir haben viele Videos dieses Jahr noch vor uns. Ich würde mich freuen auf einen Kommentar von euch. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.